Also den, den wir als erstes angreifen, bringen wir zum Einschlafen. Pass auf, pass auf, ich übertrag kurz Paint. Dicker, ja, mach. Ich übertrag kurz Paint. Okay, okay, schau, schau, schau. Also, wir haben ja zwei Gegner. Einmal ihn. Ja. Und einmal ihn. Okay, so, pass auf. Wir bringen beide zum Einschlafen, so. Ne? Ja, 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 ich verstehe, ja. So, bis beide pennen. Boom, boom, so. Ja. Dann gehen wir ja auf den, machen zack, zack, ups, warte, falsch so Dings. Kein Problem. Zack, 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 machen Damage, right? Dann wacht der ja auf. Ja. Beide sind für eine Minute am Schlafen, wenn wir die nicht angreifen. Der hier wacht ja direkt auf, weil wir den angreifen. Ja, richtig. Dann bringen wir den wieder zum Einschlafen. Ja, das habe ich doch gesagt, sehr gut. Dann tickt die eine Minute von vorne los. Ja. Hier sind aber noch, sagen wir mal, 15 Sekunden auf der Uhr. Das heißt, wir switchen zu dem und geben dem direkt auf wieder. Wir switchen den und dann bam, 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 weil dann wacht der eh auf. Dann schlagen wir den wieder, quasi dann ist das weg. Dann schlagen wir den wieder so lange runter, bis er wieder schläft.